Hi, hier ist Matthias von die PraxisFamily und heute geht es um die Psyche. Ja, krank durch die Psyche oder gesund durch die Psyche? Bin ich jetzt verrückt oder was? Bilde ich mir meine Krankheit nur ein? Nein, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, welchen Einfluss ungelöste seelische Themen haben können auf unser komplettes Körper- und Biosystem und natürlich auch auf unser energetisches System. Was genau ist ein ungelöstes seelisches Thema? Es gibt verschiedene Varianten von diesen ungelösten Themen. Ungelöst heißt zunächst einmal, es ist ein Thema, ein Konflikt, den ich erlebt habe, den ich nicht lösen konnte. Eine Situation, in der ich gesteckt bin und konnte sie nicht lösen. Ein Schock, den ich erlebt habe und ich konnte ihn nicht lösen. In der Regel sind das Themen aus der Kindheit, weil wenn wir erwachsen sind, haben wir normalerweise diese Lösungskompetenz. Nicht immer, aber in der Regel. Als Kind haben wir das noch nicht. Das heißt, wenn mir als Zweijährigem im Sandkasten die Schaufel weggenommen wird, kann es sein, dass bei mir ein Riesenverlustkonflikt losgetreten wird, den ich in dem Moment nicht lösen kann. Oder wenn ich als dreijähriges Kind auf dem Klo sitze und nach meiner Mama rufe, die ist aber gerade irgendwie, steht in der Küche und hört vor lauter Abluft und Mixer und Töpfen, hört sie mich nicht. Kriege ich vielleicht eine große Panik und kriege vielleicht einen Konflikt, den ich nicht lösen kann. Das sind also nicht immer Dinge, die mit Misshandlungen zu tun haben und tragischen Geschichten, sondern manchmal einfach Alltagsthemen. Selbstverständlich kann es auch diese tragischen Geschichten geben. Das ist alles das, was ich erlebe von Geburt an oder eigentlich von Zeugung an, also schon im Mutterleib bis zum heutigen Tag. Das sind ungelöste seelische Konflikte, die ich selber erlebe. Es gibt auch ungelöste seelische Konflikte, die ich nicht selber erlebt habe, die ich trotzdem bei mir habe. Da sind wir im familiensystemischen Bereich. Das sind also Themen, die ich übernommen habe von Vater, Mutter, Oma, Onkel, Opa, Tante oder von Menschen um mich herum. Dieses Phänomen gibt es auch und es gibt Konflikte, die an mich herankommen durch meine Seele. Also karmische Konflikte, Dinge, die ich aus einem anderen Leben mitbringe. Hier kommt es jetzt darauf an, wo ihr im Glaubenssystem steht, ob ihr an sowas glaubt oder nicht. Wir sehen in der Behandlung regelmäßig, dass das anscheinend eine Realität ist, weil wir immer wieder auch Themen sehen, die damit zu tun haben und die wir dann auflösen können. Warum hat das jetzt einen Impact auf den Körper? Warum hat meine fehlende Magensäureproduktion jetzt damit vielleicht zu tun? Oder die Tatsache, dass ich ständig Verstopfung habe? Oder dass meine Schilddrüse nicht richtig arbeitet? Oder dass mein Immunsystem meinen Körper selber angreift? Wieso hat das damit zu tun? Und das ist genau das Wichtige. Ganz, ganz häufig stecken hinter chronischen körperlichen Themen oder immer wiederkehrenden körperlichen Themen chronische, ungelöste seelische Konflikte. Denn diese ungelösten Konflikte haben verschiedene Arten, wie sie sich manifestieren. Hauptding ist, dass es irgendwo im Gehirn Zentren gibt, wo sich das Ganze dann manifestiert, speichert, sichtbar wird, auch für die Richtigen. Wenn man Regierenscans macht, kann man diese Areale unter Umständen sehen. Und das wiederum heißt, dass bestimmte Areale im Körper nicht richtig angesteuert werden. Und dieses nicht richtig ansteuern hat dann zur Folge, dass die Zellfunktion nicht optimal ist, die Zellspannung nicht optimal ist, die Elektrizität der Zelle braucht zwischen 70 und 100 Millivolt, um gut zu funktionieren. Und Zellen, auf denen Konflikte liegen, haben häufig nur ca. 30 Millivolt. Die funktionieren zwar irgendwie, aber nicht optimal. Deswegen kann es dann sein, dass wir nach einiger Zeit unoptimaler Funktionsweise irgendwann einfach das Organ überfordert haben und dann funktioniert es nicht mehr richtig. Die Leber arbeitet dann vielleicht nicht mehr korrekt, macht nicht mehr genug Gallensäure und plötzlich kann ich Fett nicht mehr gut verdauen und kriege Bauchprobleme. Und was sich auch zeigt ist, und das wissen wir oft aus alten Kulturen, gerade aus der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch aus anderen Kulturen, dass es so zu sein scheint, dass bestimmte Konfliktthemen eine Affinität zu bestimmten Organen haben. So kann es zum Beispiel sein, dass sich Überforderung oder Heimatlosigkeit am Magen befindet, Wut, Zorn auf der Leber oder Galle, Kummer, Traurigkeit auf der Lunge. Oder sich nicht ausdrücken können, nicht gehört werden, Erniedrigung auf der Schilddrüse und so weiter und so weiter. Und so kann es sein, dass bestimmte Konflikte, die wir erlebt haben, wo wir erniedrigt wurden oder wo wir Wut gespürt haben, sich manifestieren in unserem Biosystem und dann bestimmte Organe negativ beeinflussen. Und jetzt geht es eben darum, das herauszufinden und abzukoppeln, aufzulösen und dann dafür zu sorgen, dass das Organ wieder gut funktioniert. Und das ist möglich. Und so kann man sich dann eine ganze Reihe an Medikamenten sparen oder die Medikamente oder Nahrungsergänzungen, die wir nehmen, werden überhaupt erstmal wirksam und werden aufgenommen. Es gibt zum Beispiel auch ungelöste seelische Konflikte auf bestimmte Stoffe. Es kann sein, dass ich ein ungelöstes seelisches Thema auf Eisen habe. Und es kann sein, dass ich dann Eisen testen darf mit unseren Methoden und dann sehe, hey, da hängt ein Konflikt drauf, deswegen hast du ständig Eisenmangel. Und die Art und Weise, wie man das Ganze testet, das ist das, was wir mit dem Praxisfamily-System zeigen. Und die Art und Weise, wie man das auflöst, zeigen wir ebenfalls im Praxisfamily-System und in der Praxisfamily-Psychokinesiologie, wo man das Ganze lernen kann und es dann anwenden kann und seine eigenen Themen auflösen kann. Eine großartige Möglichkeit, sanft in die Gesundheit zu kommen. Manchmal die einzige Möglichkeit, um in die Gesundheit zu kommen. Denn solange ein ungelöstes seelisches Thema im Vordergrund steht und ein Organsystem blockiert, habt ihr oft mit den körperlich-biochemischen Methoden keine Chance. Ihr könnt noch so viel, noch so teure, noch so tolle Mittel nehmen. Sie funktionieren einfach nicht, wenn ein ungelöstes Thema das System blockiert. Und gerade dann, wenn ihr chronische Sachen habt oder schwere Krankheiten habt, kann das immer eine Rolle mitspielen und ihr solltet an diese Dinge denken. Deswegen, am besten lernen, dann seid ihr autark und könnt das Ganze für euch selber unglaublich gut und schön anwenden. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.